Ich dachte, es wird die Dichte sehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben sich gut erwischt für Ihr Alter. Kauke, ich meine, Sie haben das Kind und Sie haben gelegentlich Zeit, sich nach was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Carly? Was? Schön, das Arschloch. Lecken. Das Arschloch. Das Arschloch. Das ist die Pneg Millennium. Musik Ich kann sie jetzt nicht fragen, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe sie aber bestellt. Gut, okay, die fährt mein Auto.